Yo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir haben jetzt kurz vor 8, die Sonne blendet hier ein bisschen, ich hoffe es stört nicht. Und wir sind jetzt gerade losgefahren, wir fahren so 5 Stunden etwa, glaube ich, in Richtung kleinen Walzertal. Und ich hoffe, dass wir nicht zu sehr im Stau stehen werden und so gegen 2, 3 Uhr ankommen. Ja, dann sehen wir uns wahrscheinlich vielleicht erst wieder, wenn wir ankommen, mal gucken. Das war es wieder komplett. Erster Stau nach, ich weiß nicht, einer Stunde etwa. Sieht nicht so gut aus. Ja, Bär, das tut ich auch auf Start. Ja, hier war das ziemlich toll. Ja, dann wünsche ich mich bemüht, wenn wir hinten auch alles wollen. Also, wir sind jetzt... Wir sind hier 800 Meter hoch, deswegen liegt der Schnee. Ja, hier liegt jetzt überall Schnee. Ja, wir stehen jetzt seit einer Stunde gefühlt immer Stop and Go. Wir haben noch 160 Kilometer vor uns. Wir sind jetzt... Wir sind jetzt... Wir sind jetzt... Läuft, guck mal hier, wie das läuft hier, ey. Vor Ulm. Wir haben die ganze Zeit am Handy. Ich hab jetzt ein Zimmer. Sprachenlernen-Bubble. Hallo, Leute. Hier, ich hab Leute. So, Leute, im Hintergrund... Ich weiß nicht, ob man mich sieht. Es ist viel zu hell hier. Im Hintergrund sieht man jetzt irgendwie auch. Ja, damit fahren wir übrigens. Also, es ist echt sonnig hier. Aber es ist viel kälter, als man denkt. Ähm... Ja, wir sind jetzt wahrscheinlich wieder, wenn wir da so, ähm... Durch die Alpen fahren. Bis gleich. Wir haben heute... Wir sind angekommen. Ähm... Es ist schlecht. Geil, das Wetter. Sonne erscheint. Geiler Schnee. Ich bin auch noch... Heute Abend gibt's wahrscheinlich auch noch eine kleine Roomtour. Also, hier ist das eine Zimmer. Sofa. Hier noch ein Hocker. Fernseher. Hier ist ein kleines Bad. Mit Dusche. Hier noch ein Schrank. Hier ist das Wasser. Hier ist ja noch das... Kleinstimmer. Hallo! Jetzt gehen wir mal rein. Außer zu. Da haben wir hier einen Schrank. Mit künstlichen Pflanzen. Sehr geil. Hallo. Fernseher. Und Bett. Und... Wir haben... den Selbenbalkon. Hier auch. Wir haben noch... ein kleines Bad. Mit Dusche. Toilette. Lasst den Dike da. Gönnt euch mal den Blick jetzt. So, jetzt gehen wir wahrscheinlich erstmal Skier ausleihen. Ähm... Stöcke und so weiter. Ja. Dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute. Wir haben jetzt 9 Uhr abends. Und ähm... Wir haben vorhin gegessen. Haben noch ein bisschen... Fernsehen geguckt. Und ja. Ich werd jetzt gleich Zähne putzen. Und so weiter. Bis das noch ein bisschen... den Kram von morgen packen. Das war jetzt der erste Tag. Morgen gehst du auf die Piste. Ja. Ich nehm euch natürlich mit. Bis morgen früh. So Leute. Wir haben jetzt 8.30 Uhr am Montag. Und ich werd mich wahrscheinlich wieder... beim Frühstück oder so. Wir sind jetzt im... Schlafbereich in meiner Sachen Abend. Und mir ist gestern schon aufgefallen, dass... meine Skischuhe... meine Hose. Also meine Skischuhe fallen. Genau. Die Kanalfarbe von mir sind. Zeig euch gleich mal. Und hier oben sieht man schon die Action-Camp. Dann würde ich hauptsächlich filmen. Ja. Dann nehmen wir gleich den Skibus und fahren ihn zum Skigebiet. Ja. 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 Wasest du. Ja. 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 Auch bei der camb asker sind imiciste Tiger. Mann, wir sind... Ja. Ja. Da. Ja. Musik 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 Musik